Rückforderung einer überzahlten Rente bis maximal 10 Jahre möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe hier gerade einen ganz aktuellen, brandaktuellen Fall, der vor dem Bundessozialgericht am 21. Oktober 2020 höchstrichterlich in der letzten Instanz entschieden wurde. Und zwar ging es darum, dass die deutsche Rentenversicherung von einer Witwe des bei ihr verstorbenen, versicherten Ehegatten 28.000 Euro überzahlte Rente zurückhaben wollte. Und zwar ist der Ehegatte 2011 verstorben, der bezog seit dem Jahr 2000 eine Altersrente und daneben seit 1968 eine gesetzliche Unfallrente, weil er einen Arbeitsunfall erlitten hat. Und was hat unser lieber verstorbene Ehegatte nicht gemacht? Er hat bei seinem eigenen Altersrentenantrag im Jahr 2000 oder 1999 der deutschen Rentenversicherung nicht mitgeteilt, dass er eine Unfallrente bekommt. Denn dann hätte nämlich die deutsche Rentenversicherung diese Unfallrente an die Altersrente angerechnet. Und so bekam die deutsche Rentenversicherung erst beim Witwenrentenantrag im Jahr 2011 davon Kenntnis, dass es eine Unfallrente gegeben hat. Und was hat die deutsche Rentenversicherung gemacht? Sie hat den Altersrentenbescheid aus dem Jahr 2000 rückwirkend aufgehoben und wollte von der Witwe 28.000 Euro Rentenleistung zurück. Da können Sie sich ja vorstellen, was die Witwe gemacht hat. Die ist ins Klageverfahren gegangen und hat in der ersten und in der zweiten Instanz sogar Recht bekommen. Das hat das BSG auch entschieden. Und zwar unterscheiden wir bei der Änderung von Bescheiden grundsätzlich zwei Tatbestände. Das ist einmal die Aufhebung von Bescheiden. Die ist immer für die Zukunft möglich. Da kann die Verwaltungsbehörde immer relativ schnell reagieren, wenn sich eine Tatsachen- und Rechtslage ändert. Für die Zukunft kann der Bescheid geändert werden. Kennen Sie den Fall am 1.7. eines jeden Jahres Rentenwerterhöhung, wird der Rentenbescheid angepasst. Der zweite Fall ist die Rücknahme von Bescheiden. Und die Rücknahme von Bescheiden bezieht sich immer in die Vergangenheit. Und da kann die Rentenversicherung nicht einfach sagen, ich hebe mal so auf, wie ich lustig bin, sondern die deutsche Rentenversicherung muss sich dort an Spielregeln halten. Und die erste Spielregel ist, hat die deutsche Rentenversicherung Kenntnis von den Umständen, die die Rücknahme des Bescheides seit Bekanntgabe des Bescheides schon möglich machen, dann muss sie das innerhalb von zwei Jahren tun. Versäumt Sie diese Frist, gibt es noch die Möglichkeit der Wiederaufnahme, aber das ist ganz, ganz begrenzt. Zweiter Fall, zehn Jahre Rückwirkung, auch nur unter der Maßgabe, dass die deutsche Rentenversicherung sich hierauf beruft, dass der Versicherte grob fahrlässig oder vorsätzlich oder bewusst falsch Angaben gemacht oder nicht gemacht hat. Das ist offensichtlich hier in dem Fall passiert. Das heißt also, der verstorbene Ehegatte hat dummerweise die Unfallrente nicht gemeldet. Aber, liebe deutsche Rentenversicherung, Sie haben Pech gehabt, denn das Bundessozialgericht hat korrekt entschieden. Die Zehnjahresfrist beginnt mit Bekanntgabe des Altersrentenbescheides. Und das war im Jahr 2000. Ab dem Jahr 2000 läuft die Zehnjahresfrist. Und diese Zehnjahresfrist ist nicht verlängerbar. Das heißt also, mit dem Witwenrentenantrag im Jahr 2011 war Schicht im Schach. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung konnte den Bescheid nicht mehr aufheben. Für die Witwe bedeutet das ein super Urteil, sie muss die 28.000 Euro überzahlte Rente nicht zurückzahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen adaptations heute. Willi Person